Ich bin Johanna Eisenschmidt im Kulturhaus Süderelbe in Neugraben. Wir sind ein Stadtteil- und Kulturzentrum, seit über 40 Jahren als Verein geführt. Wir sind einige Hauptamtliche und ganz viele Ehrenamtliche sowie Honorarkräfte. Und bei uns kann man zum Beispiel Kurse in Kunst, Musik, Malerei, Holzwerken, Keramik, Tanz, Machen von jung bis alt, teilweise sogar kostenlos. Es ist aber auf jeden Fall immer auch institutionell gefördert, sprich einige Kurse zahlt man selbst, andere werden finanziert. Und wir sind ein großes Stadtteil-Kulturzentrum hier in Süderelbe im Bezirk Harburg. Das Äußerste kurz vor Stadtrand, ich zeige nach da, da ist der Stadtrand, aber hier ist ein großes Wohngebiet in Neugraben neu entstanden. Und mit der S-Bahn erreicht man uns am besten. Und meine Kollegen und ich und KollegInnen und ich freuen uns über viele Besucher. Bei uns gibt es auch Deutschkurse, es gibt Sozialberatungsangebote. Es gibt Kino, ich halte das mal so ein bisschen in die Kamera. Eine eigene Kinoreihe, zurzeit Hamburg-Filme. Und es gibt ein eigenes Veranstaltungsprogramm. Wir haben ein eigenes Veranstaltungsprogramm, denn wir haben das Jola, das ist ein Veranstaltungsraum, ein Quartiersraum mit Konzerten, Kabarett und Theater. Und ich könnte noch ewig weiter erzählen, aber das ist im Großen und Ganzen das Kulturhaus. Hier sind wir im Atelier, wo gemalt wird. Es gibt auch noch den Musikraum und die Keramikwerkstatt, den Tanzraum und das Foyer. Und ja, kommt einfach mal vorbei. Man denkt, es ist weit weg, ist es auch, aber wir gehören auch zu Harburg und freuen uns, dass wir mit Südkultur so verbunden sind. Es gibt eigentlich erst mal nur Gutes, weil es so viel gibt an Kultur, an Religionen, an Essen, Trinken, Einkaufen, Ärzte, Versorgung, Parks, Häuser, Menschen, Kinder. Also ich finde es einfach großartig in Harburg. Was ist an Harburg schon immer schwierig und nicht so gut ist, dass wir von außen sozusagen nicht so wahrgenommen werden als ein schöner Stadtteil, als ein lebenswerter Stadtteil. Was aber Quatsch ist, wir sind ein toller Stadtteil. Wir gehören hier zu dem Süden Hamburgs. Wir sind ein Teil von Hamburg, aber nicht so gut ist, dass allein die Verkehrsadern durchschneiden, unsere Stadt und die schönen Orte sind schwer zu erreichen. Und dass es auch zu wenig, also es gibt so viel Raum, es gibt viele Räume für Kultur, für Menschen, für Wirtschaft. Aber manchmal ist das alles so für sich vor sich hin. Und Harburg könnte mehr zusammenwachsen und mehr ein Wir-Gefühl entwickeln. Es gibt ganz viele tolle Projekte und Orte und Menschen. Aber in Harburg ist es manchmal schwierig. Da wird viel geredet und viel gemeckert und gejammert. Ich nehme mich nicht aus. Und da könnten wir daran arbeiten, dass wir positiver zusammenarbeiten und zusammenwachsen und uns Brücken bauen oder Tunnel oder uns die Hand reichen. Ganz enorm fehlen Räume für Bands, für Theater, für Kino. Es gibt zwar das Cinemax, aber und es gibt inzwischen auch ein neues Antikino, kleines Theaterkino. Aber es gibt ganz viel und es gibt auch Bühnen und Räume. Aber wir haben auch tolle Veranstaltungsräume für Konzerte oder für Kultur, für Theater. Aber es ist teilweise, läuft das nicht gut, wird nicht gut besucht und das könnte besser koordiniert sein. Also wir sind schon gut dabei mit unseren Netzwerken und die einzelnen Kulturschaffenden. Aber auch da braucht es auch noch mehr Infrastruktur bereitgestellt. Nicht nur von der privaten Wirtschaft, sondern eben Räume und Gelegenheiten, Kultur auszuüben und zu schaffen. Auch welche, die Geld bringt, aber eben auch welche, die kein Geld bringt. Richtig gut ist das Netzwerken und Zusammenarbeiten. Denn von Theater über Museum bis hin zur Kunstleihe, bis hin zu Vereinen oder Musikern und Künstlern, Malern, was wir alles haben. Lesende, Literaten, ja, wir haben ganz, ganz viel. Und das läuft gut, tolle Clubs, tolle Locations, ganz tolle Menschen, die jeweils dahinter und da drin stecken. Und das finde ich richtig gut, dass Kultur so vielfältig ist in Harburg. Von Open Air bis Very in the Keller. Also Südkultur kenne ich jetzt seit ein paar Jahren und seit drei Jahren ungefähr stecke ich auch selber voll mit drin durch Skulptur aus Süder Elbe. Ich finde es einfach super, was da für Leute sind. Wie wir uns organisieren, wir streiten auch mal, aber wir tauschen uns aus. Wir haben Ideen und arbeiten zusammen daran, Harburgskultur sichtbar zu machen, erlebbar zu machen. Noch besser zu machen, also besser muss gar nicht, sondern Südkultur arbeitet toll zusammen, braucht aber noch viel mehr. Das hängt vor allem am Herzblut der Beteiligten. Es braucht Geld, beziehungsweise es braucht mehr Möglichkeiten, Südkultur angemessen zu digitalisieren. Und das Netzwerk, was schon besteht, dass wir besser damit arbeiten können. Da brauchst du ein bisschen Geld, da brauchst du ein bisschen noch Unterstützung vielleicht von oben und außen. Ansonsten ist Südkultur einfach klasse, denn das ist hier unsere Südkultur in Harburg. Und das sind wir Menschen, die das sind von jung bis alt und aktiv bis passiv. Ja, Südkultur arbeitet richtig gut zusammen. Toller Programm, Kalender auch.